Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Because Gaming is for an against the world. Ihr seht schon, diesmal wird es eine Runde Minecraft. Ich bin hier nämlich auf dem Mineplex-Server und möchte mit euch eine Runde Survival-Games spielen. Öh, ja, gehen wir nochmal hier auf Server 6, da sind schon ein paar Leute. 18 von 24. Ja, das, äh, Mineplex ist so ein Server, da gibt es eine Menge Minispiele für Minecraft. Ähm, finde ich immer, nicht immer, aber mal ganz witzig. So, in 40 Sekunden geht es los. Ähm, ja. Ihr werdet vermutlich sehen, momentan kommt bei dem Vermord, äh, äh, Vermord, genau. Format, Because Gaming is for an against the world, alle Tage ein neues Spiel. Ich probiere einfach mal ein bisschen aus, was macht mir Spaß. Und ich würde euch auch bitten, in die Kommentare mal zu schreiben, was macht euch denn Spaß anzusehen. Dann richte ich mich danach vielleicht mal ein bisschen. Und jetzt geht's gleich los. Dann wollen wir doch mal. Und ich bin in jemanden drin gespawnt, das ist natürlich richtig geil. Und ich hau erstmal ab. Survival Games erinnern ein wenig an die Hunger Games, wer die Filme und Bücher kennt. Äh, ja, geil. Man sucht sich hier in der näheren Umgebung erstmal alles Mögliche zum Ausrüsten. Und, ja. Will da natürlich so lang wie möglich überleben. So, ich hau erstmal noch ein bisschen weiter ab. So, der Schild ist jetzt weg. Ab jetzt kann man Damage kriegen. So, da wollen wir nochmal ein bisschen hier umgucken. Hier finde ich doch bestimmt noch irgendwas. Oh, ich hänge hier. What the fuck, ich hänge fest. Na siehst du, ein Holzschwert ist schon mal besser als ein Holztaxt. Oh. Dem erklären wir mal kurz Frieden. Oh. Sorry. Den wollte ich nicht angreifen. Äh, warte mal. Ach komm. Wir geben ihm mal hier einfach was. Leider habe ich auch nichts weiter. Ich hoffe mal, du greifst mich jetzt nicht an, deswegen. Das wäre nämlich ziemlich arschig von dir. Huch. Hier ist auch nichts weiter. Ja, meiste, jetzt gehen wir nicht auf die Klöten. Jetzt mal ein bisschen schneller sein sollen. Warte mal. Warte schön. Ach. Leiderjacke. Fehler nehme ich mal mit. Wer weiß, vielleicht können wir uns nachher noch ein paar Pfeile bauen. Uh, ein Eisen. Ey, du Hure. Du mieses kleines Stück Scheiße, ey. Das kommt davon, wenn man Leuten vertraut. Boah, was ein Penner. Ja, gut. Das habe ich von meinem Vertrauen. Ich gehe nochmal wieder zurück in die Lobby und starte nochmal ein neues Spiel. Da war ich zu gutgläubig. Was? Wir sind... Free Server Timer. Gibt gerade keinen freien Server. Was soll denn die Kacke gehen? Huch. Yippie. Äh. Na komm, jetzt haut einen neuen Server raus. Na. What the fuck war das denn? So, ich nehme aber trotzdem wieder den Knight. Wie geil ist das Ding denn? Was ist das? Auf jeden Fall ist es witzig. Wow. Neu. Ich frage mich zwar, wie die an Schweineskins rankommen. Hat der da ein Skelett fährt? Wie awesome ist das denn? Ja, auf jeden Fall. Die erste Runde ging ja schon mal richtig geil los. Diesmal werde ich niemandem vertrauen. Und wenn ich jemandem Unbewaffnetes sehe, werde ich ihn sofort kaputtknüppeln. So, die Thun da in der Mitte werde ich gepflegt. Ich werde das auslassen. Weil da geht gleich einfach das riesige Metzl los. Da haue ich lieber in sichere Gefilde ab. So, wo haben wir Truhe? Truhe, Truhe, Truhe. Da hinten ist eine Truhe. Oh Gott, da sind sie alle schon. Oh, geil. Steinschwert. Ho, Leck. Standbild. Ich habe jetzt nur eine Lederrüstung. Das finde ich natürlich nicht so geil. Das war so nicht geplant. Aber warte, hier war irgendwo noch eine Truhe. Hier. Ja super, ein paar Kekse drin. Herzlichen Glückwunsch. Sehe ich das richtig, dass ich kein Leben ringe? Doch. Da unten ist noch eine Truhe. Ah, gut. Do not disturb the head. Dann machen wir das nochmal nicht. Oh, warte mal. Machen wir jetzt mal ein bisschen langsam hier. Komm, regenerier mal ein bisschen schneller. Leben hier ist doch scheiße. Das sieht doch vielversprechend hier aus. Das sah aber auch nur vielversprechend aus. Hier ist überhaupt nichts. Boah, was soll ich so ein Kacke? Fuck, und hier war schon jemand. Ne, hier war doch noch niemand. Ich unfalle Damage, na. Uiuiui, das kommt jetzt schon. Oh ja, das kommt jetzt schon. Weg hier. In den Schnee darf man nicht rein. Da verliert man Leben. Beziehungsweise, kurz gesagt, er tötet einen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt werde ich ein Problem haben. Mach hin, äh. Ich laufe schneller. Okay, ist noch genug Platz. Uiuiui. Da ist noch eine Truhe. Was will ich denn mit Kackfeuerstein? Da ist noch eine Truhe. Eine Kettenhose. Sehr gut. Ach, komm, warum kriege ich denn da Damage? Ähm. Alter. What the fuck habe ich denn hier mit dem Mikrorockler? LOL. Ach, das ist doch mal ein Witz. 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 Ja, ich bin natürlich ziemlich beschissen jetzt ausgerüstet. Also eigentlich noch kein bisschen für den Kampf gewappnet. Trotzdem wird das Match bald losgehen. Soll ich mir die Ecke nochmal angucken? Alter, was drückt, was spielen jetzt gerade so krass bei mir. Da oben ist einer. Wie ist die Endare hingekommen? Killed by fall. Noob, noob. Aber hier war auch schon jemand. Ah, ich brauche noch ein zweites Eisens. Dann hätte ich mein Eisenschwert machen können. Verdammt. Auf die Öfen kann ich nicht zugreifen. So ein Ärger. Ja, die Thronen sind alle leer. Scheiße. Oder auch nicht alle. There's nothing here. Ah, naja, schön. Aua. War da gerade einer. Was ist die Tür? Ne Angel. Okay. Ja, also wenn gleich das Deathmatch losgeht, habe ich auf jeden Fall nicht die beste Ausgangslage. Das sah ich euch jetzt schon mal. Okay, hier war auch schon jemand. Kann hier nicht noch irgendwo noch eine Secret-Truhe sein? Okay. Ah, scheiße. Passt auch nicht. Egal, ich glaube, ich muss gleich mal niesen. Ach, nee, doch nicht. Kill me, I need to go. Geht Slash Kill nicht? Oh, dahinten kommt der Schnee. Ja, dahinten kommt der Schnee. Ich muss mich hier vom Acker machen. Aua. Deathmatch starten. Aua. Ich bin überhaupt nicht ausgerüstet für das Deathmatch. Also ich werde da gleich hart aufs Maul kriegen. Das garantiere ich jetzt schon. Da war einer. Da sind einige. Oh, da hat ein verzaubertes Schwert. Äh, zerruckelt das. What? Oh, nee. Der zieht schon mit dem Bogen auf mich. Das finde ich uncool. Aua. Aua. Jawohl. Jawohl. Wo ist der Letzte? Da ist der Letzte. Jawohl. Ha, ha, ha. Da habe ich die Runde geholt. Äh. Und das mit der scheiß Ausrüstung. So, dann gehen wir mal raus hier. Und dann danke ich euch erstmal viermal fürs Zusehen. Das lief deutlich besser, als ich erwartet hätte. Ha, ha, ha. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde von Because Gaming is Fun Against the World wieder. Ihr könnt ja mal sagen, welche Spiele euch bisher am besten gefallen. Dann kann ich mich um bisschen danach richten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis die Tage. Tschüss. 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 Vielen Dank.